Was machst du da? Schatzi, ich gehe in die Ukraine. Warum gehst du in die Ukraine? Arbeiten, Geld verdienen, Schatz. Da verdient doch keiner Geld, da ist Krieg. Wie willst du da Geld verdienen? Schatzi, hast du gesehen, diese Autos, die von der Ukraine nach Deutschland kommen? Hast du gesehen, wie gute Autos fahren dort? Ja, das habe ich gesehen. Ja, und hast du ein schlechtes Auto gesehen? Nein, das habe ich nicht. Also, das heißt, man muss dort gehen und Geld verdienen. Wir haben keinen Bock hier in Deutschland mehr arbeiten. Arbeiten, arbeiten, immer 5 Diesel fahren. Wenn du willst, kannst du mitgehen, kein Problem, ich nehme dich mit. Nein, ich gehe nicht mit, ich bleibe hier. Du bleibst bei deinem Schulz. Die geben dir 1.000 Meter und 2.000 Abzüge. Dann bleibst du hier. Aber wenn ich mit Geld komme, dann sage ich bei mir, Schatzi, ich gebe ein bisschen Geld. Auf Wiedersehen. Also, wenn du Geld verdienst, kommst du wieder. Natürlich. Okay. Gute Reise. Ciao. Danke.